Das Tannerkrat-Theater, das elektronische Puppentheater in Chinatown. Hier wird die neue Show Feuer, Wasser, Licht präsentiert. Lassen Sie sich von dem fantasievollen Zusammenspiel von Licht, spektakulären, farbenfrohen Wasserspiel und zauberhafter Musik in die mystische Welt der singenden Blumen, Elfen und Vögel entführen. Meine Strahlen können Elemente bezwingen! Feuer, Wasser, Erde, Licht allein durch meine Macht zerbricht.